B-B-Wa-Was geht hier? Vorsicht! Das Meer. Da kommt eine Säule aus dem Licht, äh, aus Licht aus dem Meer. Schau nur, da drüben. Was passiert da in Richtung Route 128? Auweia, sowas Verrücktes ist einfach unglaublich! Uah, Hilfe! Das ist doch nicht das Ende der Welt! Ist in Ordnung, Iniko. Nur keine Panik. Es wird alles gut. Uff. Ich bin total starr vor Schreck. Was war das eben für ein grelles Licht? Es kam aus der Tiefe, stimmt's? Zed Slay! Ben und Svenja haben mich wissen lassen, dass du bei ihnen in der Arena warst. Ich wollte dir eigentlich einen Besuch abstatten, wenn du schon in der Gegend bist. Aber dann ist diese Sache passiert. Verstehe. Komm erst mal mit nach mir, nach mir, zu mir nach Hause. Ach. Das ist mein bescheidenes Zuhause. Ja, ich weiß. Es ist recht leer und versprüht nicht gerade viel Scham. Deshalb habe ich mir, habe ich auch nur selten Besuch. Aber lass uns so lange, lass uns nicht so lange um den heißen Brei herumreden. Halten wir noch einmal ganz genau fest, was hier eigentlich vorgefallen ist. Dieser Erdschluss eben und dann noch dieser ohrenbetäubende Lärm. Das sind eindeutig Zeichen dafür, dass das Siegel tief unten im Meer aufgebrochen wurde. In einer seit langem versiegelten Höhle am Meeresgrund, nahe Route 128, ruht ein urzeitliches Pokémon. Das Siegel am Eingang zu dieser Tiefseehöhle entstand mithilfe der Kraft eines bestimmten Pokémon. Doch durch die Arglist einer Gruppe von Schurken scheint der Mann des Siegels nun gebrochen geworden zu sein. Worauf diese Schuchte es abgesehen haben, liegt auf der Hand. Sie wollen das urzeitliche Pokémon erwecken und seine Kräfte für ihre eigenen Schandtaten missbrauchen. Zetslay! Gerate... Geraten das urzeitliche Pokémon und seine besonderen Kräfte in die Hände dieser Gauner, würde das natürliche Gleichgewicht der Welt gestört. Unser Planet und alles Leben darauf wäre somit unvorstellbaren Gefahren ausgesetzt. Es ist meine Pflicht, alles in der Macht stehende zu tun und das drohende Unheil abzuwenden. Doch alleine bin ich nicht stark genug. Deshalb möchte ich dich bitten, gemeinsam mit mir gegen die Schurken von Team Aqua und Team Magma zu kämpfen. Legen wir ihnen ein für allemal das Handwerk. Noch besteht ein letztes Fünkchen Hoffnung, dass wir diese auf den ersten Blick aussichtslose Situation unbeschadet überstehen. Dies hier möchte ich dir anvertrauen. Taucher! Wuhu! Wir können tauchen! Das ist aber richtig dramatisch jetzt hier gestaltet. Die VM Taucher lässt dich in Begleitung eines Pokémon bis zum Meeresgrund hinabtauchen. Und damit du auch dort an der Seite deines Pokémon bleiben kannst, gebe ich dir das hier noch dazu. Devon Atemgerät! Das gab's damals nicht. Setze die VM Taucher irgendwo auf Route 128 ein. Von dort aus solltest du zum Eingang der tiefsten Höhle gelangen können. Soweit ich meine Aufgabe hier erledigt habe, folge ich dir. Halte du so lange Team Aqua und Team Magma in Schach. Ich verlasse Milch auf dich. Team Aqua auch? Oh ja, klar. Die dramatische Musik ist auf einmal wieder weg. Ja, kein Problem. Warum auch? Es ist ja nur Drama-Zeit und so. Aber nein, jetzt ist wieder alles in Butter. Nix passiert. Gar nix. Okay. Ne. Also, wenn ihr schon so ein Szenario jetzt hier inszenieren da, dann wäre ich jetzt auch wohl dafür gewesen, dass, ich sag mal, diese Art Trouble-Music hier weiter dabei geblieben wäre. Finde ich leicht doof jetzt eigentlich. Aber okay. Man hat's zumindest versucht. Ich gebe zu, es ist super eigentlich. Dann wollen wir mal. Wir werden Milotik jetzt wohl oder übel Taucher beibringen. Das heißt, Lake kommt wahrscheinlich erstmal weg. Ähm. Geht leider nicht anders. Es ist ein Let's Play. Ich kann mir jetzt nicht 5000 Pokémon hier fangen, um jetzt entsprechend diese als VM-Sklaven nutzen zu können und darauf achten zu können, dass nur diese Bestimmten dann auch die Attacken erlernen, die sie, ich sag mal, die sinnvoll wären. Aber ja, es ist immerhin eine Wasserattacke. Und dann haben wir, ich könnte auch, Genesung hat schon Sinn. Ist schon berechtigt, dass wir Genesung können. Dann sparen wir bei Milotik zumindest, ähm, ein paar Sachen in Form von Items und so. Okay. Dann wollen wir mal tauchen gehen, ne? Gehen wir auf Tauchgang. Ich freu mich eigentlich schon richtig darauf zu tauchen. Yay! Usch! Oh yeah! Das ist super! Es gibt jetzt Trainer hier unten. Blubblubblubblubblub. Zielobjekte fasst. Ich werde so gleich ausschalten. Okay. Babababababam. Taucher live. Okay. Es gibt jetzt also auch wirklich Taucher als Gegner. Das ist super. Vielleicht sollte ich auch jetzt an dieser Stelle wieder erwähnen, dass ich mir das neueste Update runtergeladen habe. Es gibt wieder ein Update zu Pokémon Omega Ruby and Alpha Sapphire. Ähm, wieso spricht das jetzt auf einmal Englisch aus? Keine Ahnung wieso. Ähm, es gab ja, ich habe es dem letzten Mal erzählt, dass angeblich ein Update kommen soll bezüglich der Ladezeiten. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon dabei ist. Ich schätze aber mal schon. Also, an sich, sollte es jetzt noch irgendwelche Ladezeiten geben, die zu lange sein sollten, dann sollte das mit diesem Update ja behoben worden sein. Ähm, das ist das Update 1.2. Und dieses Relikant macht mich echt zu schaffen gerade. Das kann nicht wahr sein. Relikant, was geht mit dir? So, nochmal Donnerzahn, dann bist du weg. Hoffentlich. Ich meine aber, vom Level her ist das über uns. Zumindest bei Mark 9. Und es hält einiges aus. Und wir sind Level ab. Wuhu! Babam! Buddy Check. Nja, weiß nicht. Dam, dam, dam. Ah, ich bin jetzt so ein Freund von Normal-Pro-Kommando-Attacken. Gar nicht, ehrlich gesagt. Nein, ja, gut. Weg damit. Bam. Galakleide erreicht Level 42. Das ist super. Ich hab mir übrigens sagen lassen, dass ich überhaupt nicht so überlevelt bin von dem Pokémon her. Und jetzt, wenn ich hier diesen Taucher hier ansehe, der levelmäßig in etwa gleich ist wie ich, dann stimme ich denen auch zu. Wo ist das Problem? Es gab letztens einmal einen Kommentar noch, ich solle den EP-Teiler ausmachen, weil ich ja so überlevelt bin. Dabei hatte ich denen noch einige Folgen sogar ausgehabt. Ich verstehe nicht, was los war. Hab ich nicht verstanden. Ich hab noch normale Tränke. Elf Stück sogar, da nehme ich die. Das dürfte passen. Da muss ich nicht irgendwo nochmal hoch oder so. Und wir packen jetzt einfach mal Gag-Abo nach vorne, weil wir hier unter Wasser sind. Und unter Wasser ist so ein finanzielles Pokémon schon ganz hilfreich, ne? Bam. Und ich mag die Musik. Kann man hier jetzt auf Pokémon treffen oder nicht? Ich glaube, da gab es wieder extra Gras für, ne? Sehe ich ja jetzt auch gleich wieder diese Corazon oder andere Pokémon, wie Landtouren hier rumfliegen, schwimmen. Das wäre schon super. Bam, bam, bam. Wollen wir ein bisschen mal erkunden hier. Ich meine, wir sind schon eigentlich relativ richtig. Ich will aber mir ein bisschen das hier anschauen, wie das gemacht wurde. Ist aber relativ ähnlich zu damals. Was heißt relativ? Die ganzen Berge fehlen. Also hier waren ja damals richtige Gebilde noch, die hochgeragt sind. Jetzt sieht man hier noch so eine Art flache Stelle. Oh, und wir sind schon da. Yay! Ich denke mal, es ist unübersichtlich, dass das hier die Höhle ist. Ich würde aber gerne eigentlich noch von oben sie sehen. Aber egal. Gehen wir mal rein. Tiefseehöhle. Wow, das mit dem Wasser von oben sieht super aus. Wenn es nicht so pixellig wäre. Muss ich jetzt gerade mal zugeben. Ich finde das vielleicht blöd. Generell ist mir aufgefallen, dass in diesem Spiel auch bei der normalen Auflösung alles recht pixellig aussieht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das finde ich irgendwo leicht doof. Aber okay. Es ist vertildbar. Es ist nicht an allen Stellen so, aber an einigen Stellen dann schon. Au. Was haben wir denn da Schönes? Auf dem U-Boot steht Tiefseeforschungs-U-Boot 1. Das muss das U-Boot sein, das die Magma aus der WF von Grafiport City gestohlen hat. Yay! Ich meine, es ist ja auch nur das Team Magma-Logo mittlerweile drauf. Ähm. Wenn übrigens genial, wie das so ein Kamerub-Design hat. Liegt hier irgendwie etwas herum. Nein, das ist nicht der Fall. Hey, die Höhle ist gleich geblieben. Naja, zumindest ein Ansatz. Wir brauchen Stärke. Verfut. Ähm. Oder warte, kann ich das? Nee, kann ich nicht. Okay. Stärke haben wir. Haben wir uns geholt. Jetzt muss ich nur noch irgendjemandem beibringen. Stalos, willst du? Willst du stark sein? Hab ich gehört. Du wolltest stark sein, oder? Sei jetzt ganz stark und tapfer. Aber es tut auch gar nicht weh. Ähm. Was machen wir da mal weg? Hm. Hm, 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 hm. Bam, 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 bada, bada, bada. Mach. Felsgrab einfach weg. Felsgrab braucht es jetzt echt nicht unbedingt. Ist da eine schöne Gesteinattacke. Aber, obwohl. Eigentlich wäre es cool gewesen, wenn ich die noch behalten hätte. Ich kann es ja aber rein theoretisch wieder beibringen. So ist es nicht. Felsgrab haben wir ja als TM. Und TM sind ja mittlerweile unendlich haltbar. Und da ja, what's the matter? Bam, 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 bada, bam. Wir sind in einer Höhle. Das heißt, es wäre, obwohl wir kämpfen wieder gegen Team Le Aquarbagma. Beziehungsweise gegen das Team. Und wenn wir gegen die kämpfen, dann ist es eigentlich immer so, dass man auf solch Pokémon fast trifft. Yay. Wurde ich das recht unnötig gerade finden, dass die diese, ich nenne es mal, Strahlen da haben. Aber gut. Hm. Rein theoretisch müssen wir da lang. Ich habe jetzt nicht vor, gegen jeden Rüpel hier zu kämpfen direkt. Ist die Höhle abgekürzt? Sieht weniger aus als damals. Wilde Pokémon. Ist es ein Golbart, oder? Dann Zubiris. Nee, ein Golbart. Okay. Aber ich habe keine Lust, mich mit wilden Pokémon aufzuhalten. Ich meine, levelt bin ich relativ angemessen. Das heißt, ich muss jetzt auch nicht wirklich jedes Pokémon hier besiegen. Okay. Stalos, du schaffst es. Schaff mir diesen Stein vom Hals. Damals gab es diese... Na gut, damals waren die Steine auch deutlich kleiner. Obwohl, nee, damals war der Spieler auch kleiner. Ich setze mal gerade Topschutz ein. Also, nee, super. Oh, doch, doch, das war Topschutz, oder? Doch, doch, müsste. Topschutz, da. Geh weg. Keine Lust auf dich. Ich würde sagen... Mach erst mal den weg. Da ist jetzt blöd, dass da eine Stelle zum Zertrümmern ist. Da komme ich noch nicht hin, ne? Ich kann zumindest... hier in Ansatz hin, ne? Aber wenn ich den jetzt weiterschiebe, dann... Richtig, das bringt nichts. Wir können doch mal hier rein. Ist auch kein Problem jetzt. Yay, wir sind schon hier. Bam, bam. Die Strömungen sind super. Sehen wir auch die mal endlich wieder. Die sind ja auch neu gemacht worden. Bam. Warte mal hier. Hier, doch, da oben rechts kann ich hoch. Und links auch. Ist kein Problem. Schaffen wir. So, mal gucken, wo wir hinkommen. Ich habe doch nur zwei Richtungen an sich. Okay, das war zu einfach. Das war damals aber auch deutlich schwieriger. Stärke. Lass ich hier die ganze Höhle mal übernommen werden. Das wäre super. Die Höhle ist deutlich kleiner geworden als damals. Du hast mich nicht gesehen, oder? Hör auf zu spannen. Wollen wir dich auch noch mal besiegen, weil du... Du hast gespannt. Du musst jetzt besiegt werden. Dam, 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 da-da-da-dam. Ach, nein. Wenn ich es level... Wie gesagt, ich habe ja eine schon erwähnt, glaube ich, dass die Rüpel deutlich stärker sind als die... Der Vorstand und das Dings. Eigentlich bedrückend. Die eigenen Rüpel stärker sind als der Boss. Das soll man dazu nur sagen, ne? Kann man eigentlich nicht sagen. Bam, bam, ba-dam, bam. Aber doch. Den müssen wir jetzt besiegen hier. Ich setze mal Zornklinge, wie gesagt, ein. Ich versuche das jetzt einfach mal. Ich will sehen, dass Zornklinge wirklich nach ein, zwei Anwendungen stärker wird. Das will ich sehen. Am Beispiel von... Nein. Nein, wenn es nicht sofort drauf geht, natürlich. Und wegen dem Volltreffer. Itemschwerer. Itemschwerer muss ich es ja eigentlich nennen. Komm, jetzt noch mal Zornklinge. Bam. Das dürfte es gewesen sein. Hat er noch eins? Weiß ich gar nicht. Ich habe nicht darauf geachtet. Aber meistens müssten wir ja zwei haben, oder? Melotheker reicht Level 41. Yay, Bodyguard. Nein. Nein. Du erlernst das nicht. Ja. So. Okay. Smogon. Smogon. Da macht es Sinn, auf Galagladi zu switchen, wegen Psycho-Pokémon-Attacken. Das ist dann super. Kriegt auch wieder Level für Galagladi. Und ja. Bam, bam, ba-dam, dam, da-dam, 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 da-dam. Ich würde sagen, wir setzen Psycho-Klinge ein. Bam. Es hat überlebt. Mann. Smogon. Tu mir das nicht an. Kannst du es wagen? Vergiftet. Oh. Seriously. Tu mir das nicht an. Ma. Ja. Übrigens hat mir jemand in die Kommentare geschrieben, ich sollte Galagladi noch nicht Psycho-Kinese beibringen, weil das sinnlos wäre. Ja. Ich solle stattdessen Psycho-Klinge beibringen. Es kann beide Attacken. Es kann beide. Und bis jetzt hat es noch keine sinnvollere andere Attacke gelernt quasi, wo es sagen könnte, es macht keinen Sinn, Psycho-Klinge nicht zu erlernen. Also, ne, Psycho-Kinese. Oh, das rät's. Ernsthaft. Ah, ich muss schon wieder einsetzen. Ba, da, 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 da. Mittlerweile ist es ja zum Glück so, dass, ähm, Dingens nicht mehr schadet, wenn man außerhalb eines Kampfes ist. Also, Gift. Das Pokémon wird dadurch nicht besiegt, beziehungsweise ich seh nichts davon. Aber wir haben ja auch Bären. Da, 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 da. Wenn auch nicht so viele, aber wir haben Bären. Das dürfte reichen dann. Okay. Ist das wirklich alles hier? Ist das alles? Pfff. Ne, warte. Das ist so geplant. Hm. Da, 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 da. Da, da. Ne, warte. Das geht doch nicht. Ich muss nur eine Seite vorbeikommen. Ist ja total egal. Ja. Ich hab keine Lust auf wilde Pokémon gerade. So. Wir gehen jetzt einfach mal links herum. So. Eigentlich clever gemacht, aber eigentlich auch zu simpel. So. Wir sind auch schon am Ende der Höhle. Okay. Hier ist ziemlich viel Lava. Okay. Sieht relativ leer aus hier. Wow. Das hat mich, jetzt hat mich das zu, hat erschreckt. Okay. Wir haben hier Erdbeben. Und ja. Ich würde aber sagen, im nächsten Part gehen wir dann das große Nichts. Springen wir einfach rein. Warum auch immer. Ähm. Ja. Ich würde aber an dieser Stelle, wenn euch dieser Part gefallen haben sollte, dann gebt einen Daumen hoch. Schreibt einen Kommentar. Dies ist Alonaz. Haut rein. Bis dann. Und ciao. Bis dann. Bis dann.